Seid ihr herzlich willkommen. Was siehst du in der Kaffeetasse? Schreib bitte im Kommentar, das freut mich. Was ich sehe, das ist ein Baum. Und Baum zeigt Sicherheit, Stabilität, Halt im Leben, verwurzelt zu sein. Natürlich bedeutet auch die Natur, die Bäume, die Wälder. Aber was Baum noch symbolisiert, das ist die Heilkraft und Heilenergie. Was noch bedeuten kann, geduldig zu sein, bis etwas Früchte trägt. Was siehst du in der Kaffeetasse? Schreib bitte im Kommentar. Vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.